Es ist ungefähr das zwölfte Boah, scheiße So viel Limette heute Wollte der Blutwurst nochmal wiederkommen? Ey, wahrscheinlich DC oder so Guck, Ace, die Strikke War die neue gleiche, woanders Ey, könnt ihr mal filmen, mal vor mir Ach, Jutke, Mann, dreh dich mal weg Verdammt, was ist das denn schon wieder? Ich fahr in der Wand nicht Ey, die Strecke, bevor die Kingporn zu wollen, ist also wie sehr schön, du bist Nein, oh, oh, danke, Ace Aber wir stellten dann Feuerwehrauto, wenn wir das nicht verkaufen Ich hab's nur bekommen Boah, Alter, so eine Scheissprinke Verdammt, wie scheiße ist das ein Drecksding hier? Ey, ihr Penispumpen, Alter, das geht doch gar nicht Oh Ey Verdammt, nein Nein Ich verlage sofort dann Ich weiß, ich bin ja Was wird das denn? Verdammt, ey Ey Ey, wieso bin ich ein Letzter, obwohl ich noch ein Dach klein in die Luft geflogen bin? Unfähigkeit sag ich nur Ey, das geht doch gar nicht, ich bin doch zu explizit Ey, meine Karre dreht sich nur noch, Alter Ja, dein Vorderreifen ist weg, Mann Du musst mit Gefühl fahren Okay, ey Mit Gefühl, Alter, du bist witzig Ja, Gefühl Ja, nicht Gefühl, Gefühl Ja, ich hab nur das Wort einzudreifen, ja Ja, und das war ernst Sehr schön Achja Nein Was ist denn alle dafür? Fuck! Was ist denn, Alter? Hm, dann halt, dann danke Oh, Milo, Alter, ey Was ist das jetzt? Moment, Moment, was ist das? Ja, du musst gegen andere Autos fahren Was ist das? Ja Keine Beschreibung Nein, aber die anderen noch mixen Nein Bäm Kaputt Der Junge Deilen ist schwer, Alter Zieh nicht mehr Ey Ich hab nicht mal einen getroffen hier gerade Lach nicht, Ace Zieh nicht mehr Verdammte Hacke Hör mal, bist du so freundlich und drehst mich doch mit der Grate hier Nee Scheiße Bin einmal erwischt Oh nö, wieso für Tauku wieder Das ist schon wieder unheimlich rüber Ey, wieso hab ich plus 18? Das kann doch nicht sein Wieso hab ich nur 11? Hans Wo langt der Hacke? Wie er ausweicht Hans Ey, ihr könnt das mal fertig machen, ey Das kann doch 15 Minuten so weitergehen, wenn ich Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Ey, ja Da braucht man sich doch auch hier, der Kölner sind, verstehst du? Die sind doch schon mal wie die Arsch gekippt Hör mal auf Guck mich kotzen, ey Hör mal auf, der Scheiß Die sind aus wie diese töten Kräckhorn im Kopfraum, ey Ey Topku, kannst du mal gegen die Wand fahren? Jawohl So So So